Hallo Leute, es geht weiter mit diesem komischen Kampf gegen diese komische Missgeburt Komm, komm her Geschafft Mann, wenn hier so eine Bombe ist, dann rass ich aus Oh, Glück gehabt Komm her Ey, oh Mann Ist er knapp Ich buche sie jetzt in eine Feuerbälle oder wie Okay, bitte Oh, Glück gehabt Oh Mann, oh Ey, wieso kriege ich keine Eier, oh Mann Geschafft, endlich Ey, wenn ich jetzt noch sterbe Mund auf, rein mit Luigi Bravo, blau, close, clear Ah, Mann, oh Mann Okay, mit einem Leben geht's mal los In die dritte Welt Äh, in die vierte, dritte Welt Äh, wie Och, egal Ich weiß sowieso nicht mehr, was ich da rede Okay Ein Didi, 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 äh, hä Hallo Hallo Hä Was soll ich jetzt hier machen Soll ich hier unten graben oder was Hä Was soll ich, was genau soll ich hier machen Achso Ey, das ist doch voll unsichtbar die Tür Ey, Mann, oh Mann Oh nein, da ist auch noch diese große Vision von denen Geld Geld, Mr. Krabs Continue Es geht weiter Wenn wir letztens stehen geblieben sind Aber wartet erst mal Es geht weiter Wir haben noch so sieben Minuten Nein, nicht wieder rein Vielleicht ist hier ein Riesenpilz für uns Nein, ist nicht Hä Hallo Was genau soll ich hier machen, Mann Ich hasse dieses Spiel So, man kann auch hierher Aber bringt nichts Was gibt's denn hier Schönes Vielleicht muss ich dieses Monster töten Spruch wie der Ex Was sagt sie da Hä, was soll ich jetzt da machen Mann Ich habe echt keinen Plan mehr, was ich hier machen muss Tut mir leid, aber ich habe echt keinen Plan mehr Muss die Tür hier, wie, muss ich die Tür irgendwo benutzen oder wie Okay, da gehen wir mal da Geht nicht Meins Vielleicht muss ich diese Trio hier oder 5 oder irgendwas da töten Ey, ich raste doch gleich aus, was los Okay, gehe ich wieder mal Gehe ich mal wieder rein Und wieder raus Äh, ja, okay Nimm ich mal hierher mit Vielleicht gibt's da was für uns Oh, ein Pilz Okay Jetzt haben wir einen Pilz Super Aber was bringt er uns? Nichts Ähm Man, 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 ich bin jetzt Ich bin jetzt Verwirrt Ich weiß echt nicht mehr, was ich jetzt machen soll Was genau soll ich hier machen? Kein einer mir das mal sagen Ich weiß echt nicht mehr Du, spuck mich mit deinen Eiern hier rum Ach so Jetzt weiß ich Man, deswegen ist die Schlampe da Deswegen ist sie da Ich dachte schon, warum sie da ist Aber jetzt weiß ich das Ein Leben dazu Super Und jetzt müssen wir auf den Eiern reiten Ja, wir müssen die Eier reiten Spuck deine Eier So ist es doch günstig Das ist besser als Lufthansa Wisst, ich will die Münze Okay 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 Gemüse Zupfen Und das sind Vögel von Brille Vielmann Oh nein Nicht so ein Level Bitte nicht Oh nein Ausrastender Marshmallow Hier rasten die aus Yeah Ich wusste es Du scheiß Marshmallow Gleich kommt bestimmt noch einer Von dieser Sorte Okay Es geht hier irgendwie voll schnell Wartet Noch zwei Minuten Super Haben noch viel, viel Zeit Und da ist ein Marshmallow Pech gehabt Oder nicht Jetzt Pech gehabt Ey Was sollen diese Stacheln da oben Was sollen die Stacheln hier Okay 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 Dieses Spiel ist aggressiv drauf Abo Zu knapp Die haben mich fast für Gewalt Diese Marshmallows Okay Da hoch Ey Bitte nicht Attacken der Marshmallows Neuer Blockbuster Okay Da rein Super Was bringt mir das Okay Was bringt es denn mir Ich gehe mal wieder raus Und war Okay noch eine Minute Die Minute muss ich weit kommen Och mal Ich dachte ich bin tot Bestimmt ist hier Bestimmt ist irgendwo hier eine Münze Nein ich habe mich wohl geirrt Aber warum umsonst ist sie da und da Ähm Ist das nicht der gleiche Level Oh nein Sag jetzt nicht muss auf den Schei Geist reiten Erst muss ich diese Eier reiten Und jetzt auch noch diesen Schei Gei Was los Aber erst im nächsten Part Darauf habe ich Entschuldigung Im nächsten Part erst Darauf habe ich echt keinen Bock Und wir sehen uns im nächsten Part Mit dem Schei Gei reiten Und damit sagt